Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 2 Riptos Rage in a Reignited Trilogy. Da muss ich dann doch nochmal nachdenken. Wir haben heute den 22. Dezember, 12.20 Uhr und die höchstwahrscheinlich letzte Aufnahme. Wir haben laut Speicherstand schon 100%. Wir müssen aber hier das Drachenufer noch fertig machen. Und dann müssen wir natürlich noch die Trophäen holen und die restlichen Stilpunkte. Aber wir quatschen erstmal mit ihm, Kino. Gut gemacht, Spyro. Hereinspaziert in den Drachenuferpark. Übrigens, wenn du 10 Marken gewinnst, kannst du unser Kino besuchen. Ja, dann sieht cool aus hier. Das sieht halt wirklich aus wie so ein Markt. Hier mit dem Boden und so. Das hier fällt mir. Was steht da? Ich wollte schon sagen, was ist denn Siriming? Achso, DS steht vor. Steht vor, genau. Steht für Dragonshore heißt es, glaube ich. Drachenufer. Ja gut, wir quatschen mal mit ihm hier. Komm näher, Spyro, und sieh dir unser heutiges Angebot an. In dieser Bude lauern einige der grausamsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Monstertunken ausprobieren, ja. Riesen Baseball kannst du spucken, Sportsfreund. Visiere dein Ziel an, spuck den Ball aus und sieh zu, wie die Kreaturen ins Wasser fallen. Keine Sorge, du tust ihnen nicht weh. Umsonst, umsonst, umsonst. Der ist ja sehr gelangweilt. Hey, das war doch lustig, oder? Diese Marke ist deine Belohnung dafür. Yay. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Ja, gerne. Okay, da haben wir so einen, ähm, Erdwurm. Beziehungsweise Erdformer. Gar nicht so schwierig, oder? Hier ist noch eine Marke für dich. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Ja, das ist jetzt, glaub ich, den letzten, den wir abschießen können. Genau, der olle Typ mit seiner Triangel. Au. Wow, du bist echt zielsicher. Hier, das ist meine letzte Marke. Dankeschön. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Ach, cool. Hier haben wir jetzt noch so'n... Wer bist denn du überhaupt? Ich will, ich will den abschießen. All den haben wir noch nicht gesehen. Guter Schuss, aber ich hab keine Marken mehr. Mach weiter, wenn du willst. Ah, jetzt kommen die irgendwie random oder so, keine Ahnung. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten. Ähm. Ich würde sagen, wir machen das das Schwierigste zuerst. Willkommen zur Drachenufer Achterbahn. Hier wird nicht einfach nur gefahren. Wenn du alle Ballons auf der Strecke platzen lässt, wartet eine Marke auf dich. Start klar? Ja. Ja. Die acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. Bringen alle Ballons zum Platzen. Das sieht ja noch ganz angenehm aus hier. Ist ja auch nur die erste Runde. Den hätte ich fast übersehen. Aber das ging doch ganz gut hier. Sparrow hat sich einfach mal umgeguckt. Okay. Ich lege jetzt diesen Schalter um. Dann kannst du noch mehr Strecken fahren. Versuch auch hier die Ballons zum Platzen zu bringen. Okay. Ich achte auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. So, jetzt können wir auch schießen, ne? Nee. Warum können wir nicht schießen? Was ist das denn? Oder ist das? Gibt es hier auch drei Runden? Wahrscheinlich gibt es hier auch drei Runden. Ich bin ein bisschen erkältet. Also noch nicht richtig, aber ich merke schon, mein Hals ist mega trocken. Wie komme ich denn da rüber? Sag mal. Schön. Das Problem ist, die liegen halt total im Weg, die Viecher, ne? Also mit dann links drücken, habe ich sie jetzt schon ausprobiert. Das geht nicht. Mit Quadrat geht es auch nicht. Mit Kreis geht es auch nicht. Ist das irgendwie doof? Vielleicht muss ich nach hinten drücken. Nö. Ah, vielleicht mit L1, R1. Das kann natürlich sein. Dass das funktioniert. Nö. L2. Nö. Nö. Dann versuche ich es, glaube ich, mal mit Kreis. Habe ich, glaube ich, schon ein Dreieck mal. Vielleicht muss ich auch einen Analogstick dafür benutzen, dass das so sonst nicht funktioniert. Okay. Analogstick geht auch nicht. Dreieck geht auch nicht. Jetzt ist es aber langsam ist, äh... Wie habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe den Rechner-Analogstick mit benutzt. Jetzt weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt. Ich probiere es einfach nochmal gleich genauso, wie ich es jetzt gerade probiert habe. Mit dem rechten Analogstick. Das hat schon wieder funktioniert. Wow. Vielleicht hängt das wirklich damit zusammen. Das ist ja auf jeden Fall sehr komisch. Egal. Toll. Jetzt muss ich die ganze Runde nochmal fahren. Nur um die neuen blöden Ballons da zu kriegen. Gibt es denn echt noch eine Runde? Ich dachte, das wird direkt mit den Roten gehen. Oder haben die das einfach geändert? Warum gehst du nicht darüber, Spyro, Mann? Ist doch scheiße. Ja, ja. Okay. Speech. So, können wir jetzt nochmal? Noch eine Fahrt. Du hast es drauf. Diesmal musst du auch mit der Kanone an deinem Wagen Ballons abschießen. Möchtest du es gerne mal versuchen? Ja. Ich achte auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll. Ja. Okay. Okay, man muss einfach nur anscheinend lange vorher gedrückt halten. Dann geht das auch. Also, es hat wirklich nichts damit zu tun. Ich meine, im Original hätte man Oh, das ging daneben. Ich meine, im Original hätte man ähm einen richtigen Moment drücken müssen. Gucken wir mal, ob ich den Roten von hier aus kriege. Oh, ganz schlecht. Dann machen wir die normale Runde weiter. Okay, noch mal. super. Den haben wir. Dann wäre hier die Runde auf jeden Fall fertig. Der Looping gefällt mir auch sehr schön. Das ist wie so ein Meeresmonster-Tier-Ding. Wo bleibt denn der ist weg? Einer fehlt uns. Das ist jetzt der eine, der da an der Ecke ist, den ich nicht gekriegt habe. Müsste jetzt, glaube ich, kommen. Ja. Nice. Du bist ein Naturtalent und dann so ich habe keinen Bock auf deinen Gelaber. Nee. Jojo. Gut, dann machen wir hier hinten das. Hi, Spyro. Du sollst ja ziemlich zielsicher sein. Möchtest du dich mal an meinem Schießstand versuchen? Okay. Ich stelle die Stoppuhr für dich ein. Okay. Man kann nicht mit dem Analogkreuz hier steuern. Das ist ja lustig. Gut gemacht. Hier hast du eine Marke. Dankeschön. Der hat einen schönen Stab. Der gefällt mir. Bereit für die nächste Runde? Okay. Ich stelle die Stoppuhr für dich ein. Okay. Das war easy. Hier hast du eine Marke. So. Jetzt noch einen hier. Bereit für die nächste Runde? Ja. Okay. Ich stelle die Stoppuhr für dich ein. Dann brauchen wir ja nur einmal einmal mit der Dingsabumse fahren. Dankeschön. Einmal mit diesem Liebesbültchen. Mit diesem Liebesbültchen fahren. Völlig kostenlos. Keine Anzahlung. Keine monatlichen Gebühren. Dafür gebe ich dir eine Marke. Mehr habe ich nicht zu geben, aber dafür darfst du so oft fahren, wie du willst. Yay. Ja. Steige ein, mein Freund. So. Mal gucken, mit wem wir rauskommen. Ich hoffe nicht mit jemandem nervigen. Ach, mein Professor. Süß. Hier ist deine Marke. Wie versprochen, wenn du zehn Stück hast, kannst du das Drachenuferkino besuchen. Yay. Und wir können jetzt ins Drachenuferkino, welches hier ist. Aber hier gibt es noch einen Typen, der was dazu erzählt. Hey Spyro, heute ist dein Glückstag. Du hast genügend Marken gewonnen, um das berühmte Drachenuferkino zu besuchen. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. So, hier müssen jetzt eigentlich nur die Zwischensequenzen drin sein. Ja. Genau. Machen wir aber nicht. Wir schauen jetzt nämlich uns mal die Trophäen an. Welche uns noch fehlen. Und zwar zünde in 15 Sekunden sechs Edelsteinlampen an. Das ist in Glimmer. Stürme in Kolosse gegen eine Ziege. Haben wir das nicht gemacht. Naja. Kriegen wir auch noch hin. Siege alle Käfer in einem Superflug. Alle Käfer in einem Superflug. Wo ist das denn? Berühre in Skelos einhüte nicht die Lava. Das ist einfach. Benutze eine Kanone, um eine TNT-Werfer zu besiegen. Was ist das denn? Benutze eine Kanone. Achso, okay. Da muss ich mal gucken, wo gab's den TNT-Werfer. Lass dich nicht von Bob treffen. Wer ist denn Bob? Siege aller Erd, wenn wir ein zerbrauchende Hügel, das kriegen wir hin. Oh nein. Haha, Moment. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das Superfeuer haben, ob wir die dann einfach so kaputt kriegen. das wäre natürlich praktisch. Schließe Galbs Aussichtspunkt ab, ohne Futter zu beschädigen. Besiege alle Schneemobile und besiege dann einen Hängegleiter. Okay. Röste in Metro Stecke zuerst alle Tauben, das ist auch machbar. Stürme durch alle Affen im Zaubersumpf. Das sind sind das die, die die Wumpa Früchte schmeißen. Triff keine Schafe in Wolkentempel. Besiege alle Robobienen durch Spucken. Scheide die permanente Superflamme frei. Ja, ich würde sagen, dann holen wir uns mal die Dings. Oh. 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 Sehen wir jetzt für immer so aus? Geil. Gut. Oh nö. Jetzt ist es schon wieder weg. Aber wir haben noch die Superflamme. Gut. Dann, ähm, obwohl, können wir reisen? Ne. Warum nicht? Das ist schade. Ich meine, damals konnte man mit Quadrat dann reisen, ne? Naja. Gut, dann gehen wir in die Wintertour und fangen dann, ähm, am Anfang an, würde ich sagen. Oh. Also, im Sommerwald. Natürlich. Ähm. müssen wir uns dann immer mal wieder die Trophäen angucken. Also, wer jetzt, äh, kein Interesse mehr an Trophäen hat, der kann hier abschalten. Oder, Moment. Ähm, wir bekämpfen nochmal Ripto. Dann mache ich nämlich erst die Fähigkeitspunkten fertig. Punkten. Punkte fertig. Ähm, dann können wir uns noch schnell die Sachen angucken, die wir dann freischalten. Ähm. Und dann kümmern wir uns um die Trophäen. Weil dann können wirklich die Leute, die sich nicht mehr für die Trophäen ähm, interessieren, können dann abschalten oder so. Warum steht er nicht mittig? Wir wollen dir im Kampf gegen Ripto. Ja, ist okay. Hat er mich getroffen? Nee, ne? Der war wie ein bisschen schwer, weil der immer zur Seite gehüpft ist. So, jetzt ist man langsam gut hier. Dürfen uns dann nachher nur nicht mehr treffen lassen. Ähm, wenn wir mit dem Viech fliegen. Wir sind nicht nicht gestorben. Das war aber ganz schön knapp. Wo ist er denn? Der ist so schwer zu sehen, ne? Wow. Eilig, scheiße. Okay. 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 Oh, kann der mal aufhören, da hinterher zu fliegen. Das ist ja ätzend. Wo ist er hin? Super. Dann hätten wir den Punkt schon mal. So, jetzt, ähm, ich werde das jetzt einfach rausschneiden und wir sehen uns in der Galb-Arena wieder. So, wir sind jetzt hier in der Arena zum Galb. Ähm, vielleicht kriegen wir sogar noch die Toupé dafür, dass wir hier kein Schäfchen Schaden zuführen. Ja, wunderschön. So, und ich werde euch wieder, äh, dranschneiden, wenn wir dann in der Galerie sind. So, wir sind wieder in der Galerie und, äh, hier vorne, die haben wir ja schon gesehen. Ich glaube, bis 10 oder 11 haben wir gesehen. Julian Romeo, genau. Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen. Da haben wir einmal den Roboter-Bauern, die Robo-Biene und den, äh, Roboter-Gras, ne, Robo-Gras-Hüpfer. Ähm, die Robo-Bienen finde ich immer noch irgendwie sehr cool. Also im Vergleich, wenn man die mit denen vergleicht, die im Original waren. Dann haben wir Glack und Lava-Echse. Mit lustigen Zähnen. Eis- und Feuerzauberer. Schattige Oase. Den Flaschengeist und den bewaffneten Dieb mit Schild. Diebe fand ich auch sehr cool. Vor allem, guckt euch mal an, wie kleine Füßchen der hat. Süß. Und die, der Flaschengeist sieht aber auch ein bisschen komisch aus mit dem Gesicht, irgendwie. Ich meine, im Original wäre es verschleiert gewesen. Das ist da aber, glaube ich, auch verschleiert, aber man hat wirklich nichts gesehen. Dann haben wir den Handwerker. Handwerker-Roboter und den Handwerker-Dieb. Ach, das ist, ah, okay. Ich musste gerade überlegen, was das für ein Handwerker-Dieb ist. Aber das sind die mit dem Minispiel, was ich nicht so mehr mochte, weil es irgendwie total anders war als im Original. Dann haben wir Greta und Händel. Beiden Kiddies. Gepanzerte Weltraumkuh, das Schaf-Ufo, Raketenschwein und Manager-Droid. Ja genau, die Droiden, die mochte ich ganz gerne. Und die Schweine haben auch ganz lustig geguckt. Und die Kühe waren sowieso mega. Wobei, der hat kein Euter, der Kuh. Ich meine, im Original hätten die Euter gehabt. Ähm, Wasserschwein-Auto. Was ist das denn für ein Name? Wasserschwein-Boot und Schluchtenstrecken-Biker. Das sind auf jeden Fall die Fuzzis von den, ähm, von den Rennstrecken. Dann haben wir noch Galb und den Pterodaktylus. Das sind die, die, also Galb-Arena und halt die Fuzzis, die uns da die Eier runtergeschmissen haben. Und dann hätten wir noch Crush und Ripto. Ripto sieht ein bisschen aus, als ob er auf Klo müsste oder so. Oder ob er irgendwelche Krämpfe hat. Ja, das wäre jetzt die Kurzgalerie. Ähm. Ja, wer jetzt keine Lust hat, mehr zuzugucken, wie ich die Trophäen hole, der könnte dann im letzten Part gucken, also wenn er Lust hat, was mein Resümee zum Spiel ist. Aber wir begeben uns jetzt erstmal in den Sonnenwald. Und da werden wir uns dann bei dem Sommerwald, Entschuldigung, nicht Sonnenwald. Da werden wir uns dann bei dem Level wieder sehen, wo wir dann die erste Trophäe holen können, die uns noch fehlt. Und dann règeln wir uns dann auf das Lied. Untertitelung des ZDF, 2020